Willkommen zurück zu World of Warcraft. Beim letzten Mal waren wir, wir waren auf dem Weg hier raus aus den, äh, aus Unterstadt und alt Lordaeron. Woher, wir sind nämlich dann jetzt hier auf dem Weg zum Pestleern, was eigentlich auch noch zu Lordaeron gehört. Zumindest so ein Königreich Lordaeron und Gedöns und alles und bla und blub, was alles zu Lordaeron gehörte. Meine Fresse. Dann mache ich jetzt wieder so Halbgeschichte, ja, also Königreich Lordaeron bestand ursprünglich aus, äh, Tirisfal, aus westlichen Pistländer, aus östlichen Pistländer. Ein Land, das hier oben ist, das bis heute nicht in, in offiziellen WoW mit enthalten ist. Dann, 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 Hinterland, Aratiurland, Vorgebirge Sügellands, Alterakgebirge, Silberwald und Gineas. Das gehörte alles zu Lordaeron, wenn ich mich nicht irre. Zu Königreich Lordaeron. Und, ja, inzwischen ist das alles nur noch, nur noch Legenden und Mythen und bla und blub, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, diese ganzen Länder gehörten dazu. Ja, doch. Ja, das ist schon, ne? Das ist noch... Lange, lange her. Hatten wir noch einen König hier in Lordaeron. Das war noch ein Seiden. Damals. Als hier noch alles grün fleuchte und kreuchte. Jetzt kreucht es hier nur noch. Da fleuchtet nichts mehr und grün ist schon gar nicht. Außer man zählt das ungesättigte Grün hier als grün. Das macht auch so einen Sinn, was ich gerade schon in der Formelgegeber. Egal. Ihr seid es gewohnt. Ihr mögt mich dafür, habe ich so das Gefühl. So, einmal Flugpunkt. Dann du hier, du hast eine Quest, die kann ich da mal abgeben. Beruhigte, ewigen Worte. Ja, gib mal ab da. Und dann jetzt hier. Ach, das ist das mit den Geistersteinen. Ach, ja. Da kann man jetzt hier in den westlichen Pestländern und sowas so tolle Geistersteine sammeln. Für die bekommt es halt irgendwelche tollen Belohnungen. Dann begebt euch in den Show-Lomens. Ja, da komme ich gerade her. Was hast du? Nehmt das Mal des Lichtbringers an euch und kehrt anschließend zum Mela. Der macht sich... Ja, das können wir mal machen. Was hier gerade so auf dem Weg ist. Man ist jetzt vielleicht nicht mal ein Levelgebiet. Aber na gut, da haben wir noch eine Quest anscheinend. Oder ist das einfach nur auf dem Map, die eine Quest mal drei markiert. Ne, da hinten haben wir noch eine. Eine Plage, komme über euch. Ach Gott, ja, komm. Nehmen wir mal mit. Kann ja nicht schlecht werden, die Quest. Und wenn doch, dann können wir sie immer noch abbrechen. Wenn sie schlecht geworden ist. Und, äh... Ja, dann lasst uns mal ganz kurz einen Schlagplan machen. Also, ich würde halt gern, wie gesagt, hier das Dingens hier mal erledigen. Wobei, ich glaube fast, dass ich das nicht schaffen werde, weil ich so scheiße bin. Ich meine, es ist nicht, weil es mir irgendwas bringt. Einfach nur, weil ich es können wollen würde. Siehst du, für den Pestland-Termit müssen wir sogar dahin. Das ist das Mal des Lichtbringers. Hier halt diverse Quests abgeben. Machen wir das eben schnell, dass wir dahin gehen? Ach komm, was soll's. Nicht lange Rätsel, einfach machen. Just do it. Do it now. Wo ist es denn jetzt? Da ist es. Das... Fliegt den ganz hier. Hier, Dorfterbruch. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich auch wieder nur drei Kilometer lang laufen. Aber, was soll's. Wäre mir die Zeit. Glaub' ich. Unter gewissen Umständen. Wenn ich Glück hab. Und so weiter. Ist auch egal. Hauptsache, wir kriegen dann irgendwie mal... Wir müssen auch hier nochmal für Stratholm anmelden. Das wollte ich ja sowieso schon. Ähm... Was wollte ich? Ach, ich bin heute so vergesslich. Ist schlimm. Ich will mich selbst schon dafür peinigen. Peinigen ist auch so ein tolles Wort, das niemand mehr benutzt. Da haben wir eine Quest zum abgeben. Achso, für Dingens hier. Kriegsmeister. Für wenn du in All-Taract-Tal wahrscheinlich 300.000 Rüstungsfetzen gesammelt hast. Wobei, die gibt's ja eigentlich in der Instanz, äh, im... Better-Ground selbst ab. Ja. Wie gesagt, PvP besuchen wir dann halt auch erst wahrscheinlich wieder, wenn wir uns Richtung 80 nähern oder 80 sind. Weil wenn wir uns so für PvP anmelden, ihr habt das ja schon mal gesehen, dann sind wir in der Endlos-Warteschlange, weil es einfach viel zu wenig Leute gibt, die gerade auf dem aktuellen Level sind, die sich auch für PvP anmelden wollen würden. Einfach weil die Leute eher damit beschäftigt sind, ihr Twings hochzuziehen und auf Level 80 dann irgendwann zu bringen. Ne? Das ist ja... Darf man nicht vergessen. Wenn du PvP machst, levelst du eigentlich relativ wenig. Ich meine, du bekommst, wenn du halt gewinnst, einen kleinen Erfahrungsschub oder sowas. Ich glaube auch, wenn du verlierst, aber wenn du gewinnst, ist es halt etwas mehr. Aber das kannst du halt nicht vergleichen, wie wenn du vernünftig questest oder sowas. Wenn du halt PvE machst. Was ja auch irgendwie Sinn macht. Glaube ich. Obwohl, nee. Eigentlich sollte es für vernünftiges PvP auch ein bisschen Erfahrungspunkte geben. Gerade für die Leute, die überwiegend PvP machen. Ich meine, der Levelprozess wäre wahrscheinlich wesentlich länger. Aber so hätten auch PvP-Leute eine Möglichkeit, sich irgendwie von vornherein, oder zumindest von Level 10 oder sowas an, für BGs und sowas anzumelden und dadurch vernünftig leveln zu können. Sei es, dass sie halt auch schon Erfahrungspunkte kriegen für das Töten eines Gegners. Oder für das Mitwirken beim Töten eines Gegners. Quasi für ein Assist. Ich fände das gar nicht mal so verkehrt. Ich meine, es würde mich nicht näher zu PvP bringen. Es hätte halt nur für diejenigen, die gerne PvP machen, würde es dann doch schon stark vereinfachen. Ich weiß nicht, ob es heutzutage im WoW so ist. Dafür PvP-Leute. Ich fände es fair gegenüber den PvP-Leuten, Aber ich würde es mir halt durchaus netter vorstellen, weil es gibt Leute halt wirklich, die WoW nur spielen für PvP, einfach keinen Bock haben auf Questen und Döns. Und wie gesagt, ich finde es fair gegenüber den PvP-Leuten, die einfach keinen Bock haben auf Questen und Instanzen. Es gibt ja auch Leute, die können das überhaupt nicht. Das ist dann so wie ich und PvP, weißt du? Ich und PvP überhaupt gar nicht. Und dann gibt es auch solche Leute, die halt PvP voll super sind und PvE, ne, ne. Gibt es. Hatte ich selber eine Gelde. Und dennoch sind sie irgendwie mitgeritten bei Waze und sonstiges. Aber naja, großartig. Bombe waren die jetzt auch nicht. Ich meine, es waren ja auch PvP-Leuten. Und wir hatten sowieso manchmal Mitgliedermangel. Entweder halt, weil die Leute nicht erschienen sind, wenn sie erscheinen sollten. Oder generell zu wenig Leute waren. Oder weil hier bitte gut einfügen. Und, äh, da hast du dann auch schon mal Leute mitgenommen, die PvP-Gier hatten. Ich meine, die haben dann nicht andersweise den Damage gemacht, den sie machen würden. Hätten sie auch nur grünes PvE-Equip. Aber naja. Man hat da halt den sauren Apfel gebissen und gesagt, ja gut, nehmen wir dich halt mit. Hauptsache ist, der Wait ist voll und wir können loslegen. Und man war dann schon am überlegen, hm, quarfte ich den nochmal eben mal schnell? Farbe ich in der Zeit, während ich überlege, nochmal schnell die Mat zusammen, um den wenigstens hier so blaues Standardzeug zusammen zu quarften oder sowas. Was teilweise dann sogar geholfen hat. Aber ist dann halt schon scheiße, wenn, wenn, wenn du dann PvP-Schurken hast, der zum Boss hingeht und denkt, er ist verstohlen. Aber er ist es nicht. Und später jault ihn dann ganz so Hate an. Weißt du, so das Typische Wie konntest du? Da hast du einfach den Boss gepolt. Ist so. Muss nicht sein. Nee. Ah, naja. So ist das. Alte Zeiten. Damals, als man noch jung war. So, was war denn jetzt hier eigentlich mit der violetten Tragen? Ich meine, ist eh eine graue Quest, aber war das nicht irgendwas zum Einsammeln oder sowas? Ich weiß es gerade überhaupt nicht. Da haben wir eine Kiste, 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 Kiste. Da haben wir was. Da haben wir es, ja. Bin ich wahrscheinlich schon mal hier unten runtergeschwommen und wusste nicht, was ich tun soll. Ja, ist super. Super Kiste. Hey, hat sich voll gelohnt. Da wird sich jetzt aber die Lieblingskuh echt freuen hier. Über so eine Kiste. Ach komm, schon kann nicht beim Schwimmen benutzt werden. Wollen wir doch verarschen. So. Raus aus dem Kühnass. Ab in die Trollruinen. Und dann mal gucken, ob die Lady Shadras da irgendwie was aufs Maul geben kann. Ich hoffe. Damit würden wir nämlich eine weitere tolle Quest mal irgendwie abschließen. Was kann ich mehr? Was brauche ich denn dafür, um das Ding zu beschweren? Brauche ich dafür nicht irgendwie eine Steintafel oder sowas? Ähm. Ähm. Oder habe ich das Item gar nicht mehr? Das wäre ja jetzt auch super. Was brauchen wir denn da? Wo ist der Hinterland? Hinterland da. Beschwörung von Shadra. Nimm dieses Pergament und verlässt es am Altar von Shadra Alor. Tief in der Welt der Bleichbocken im Hinterland. Ein Pergament. Dieses Pergament? Nein. Dieses Pergament? Ja. Ja. Ich caste und caste und heißt immer noch nicht casten. Tatsächlich. Ist Level 55. Ja komm. Ihr macht immer noch so ein Heiden-Damage. Ist es nicht wahr. Aber vielleicht kriegen wir sie da und wenn wir jetzt hier so ein bisschen blocken und sowas. Heiltrank haben wir ja leider nicht. Alter, die Spinne rastet voll aus, ne? Ja, ich schaffe es einem grünen Mob um zu klatschen. Yay! Aber die Spinne ist halt sonst halt wenn du mit Level 55 oder noch früher alleine bekämpfst absolut unmachbar. Aber sowas von unmachbar. Also gut, vielleicht nicht für den Todesritter. Na, für das 0815 Mammut. Weißt du? Da musst du schon mehr als viel Skill haben. Was ich halt auch interessant finde, ist halt in, ähm auf einem offiziellen, äh Server, da gibt es dann die Möglichkeit, ähm PvE-Arenen zu haben. Also du hast halt eine äh Dingens Palisaden Schulterstücke. Ja, doch. Ich meine, es ist zwar Willenskraft drauf, aber für den Tank ich nehm's gern für, 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 für Tank an sich. Ich meine, uns gehen dann 120 ähm Lebenspunkte flirten, meine ich. Wie viel Dingens gibt Stärke? wird Angriffskraft Blocken. Ah, Blocken wird verringert, nicht Lebenskraft. Stimme Stärke gibt hier keine Lebenspunkte. Wir sind nicht in Diablo. Äh, Diablo erhöht stärker hier auch die Lebenspunkte. Wird verringert, blocken so ein bisschen. Er wird auch Verteidigungswertung und insgesamt mehr Ausdauer und mehr davon und mehr Rüstung. Also doch, ist insgesamt glaube ich eine Verbesserung. Blocken, wir brauchen schon blocken. Also, müsste eigentlich okay sein. Ob's wirklich so ist, muss man da mal gucken. Aber hey, Apex? Ich nehm gerne Apex. Sag da doch nicht nein. Apex, die sind immer fein. So, wo war ich jetzt eigentlich? Er hat's vergessen. Ich hab's mal wieder einfach vergessen, wo ich war. Schlimm mit mir, ich weiß. Ach komm, spring über den Zaun hier, Dino. Dino, 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 Dino. So, dann können wir jetzt endlich mal nach lange, lange, lange Reise die Quest abgeben. Der Questgeber fragt sich bestimmt auch schon. Was für eine Quest habe ich dir noch gleich gegeben? Was für eine Belohnung solltest du nochmal gleich bekommen? und, äh, ja, ne? Aber Questgeber freut sich bestimmt, wenn er mich sieht. Bestimmt. Hey, guck mal, da haben wir wieder diese ollen Gedönsel, die wir schon mal getötet haben. Ja, ja. Es waren auch noch Zeiten, als wir hier gequestet haben. Wir haben ja tatsächlich mal gequestet. Das ist jetzt so, für mich persönlich halt schon so, so ewig lange her und es fühlt sich so unrealistisch an, dass man hier mal wirklich so gelevelt hat. auch, auch ähnlich wie mit dem, mit, 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 äh, Dierisfal, als wir dort waren. Dass wir dort irgendwann vor ewig Zeit mal angefangen haben. Kann ich mir irgendwie so kaum vorstellen. Und irgendwie weiß ich, es ist gewesen. Ich hab sogar jetzt auf Video aufgenommen. Ah, 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 ah. Ja, und es ist wow. Es ist immer wieder wow, wenn du, wenn du generell viel halt in RPGs, wenn du dann halt an Orte zurückkommst, wo du früher mal warst und eventuell hat sich dort da irgendwas verändert oder halt auch nicht. Und du magst es dafür, dass sich manchmal nichts verändert hat und manchmal magst du es dafür, dass sich was verändert hat und denkst dir so, wow. Ja? Das mag ich. Ich mag wow denken. Ähm, was wird's denn jetzt für eine Quest? Ach komm, nach Unterstadt. Und dann krieg ich nicht mal irgendeinen Scheiß. Also ich krieg zwar schon irgendeinen Scheiß, aber das ist echt ziemlicher Scheiß. Aber nur gut. Machen wir, machen wir, machen wir. Wir müssen eh da vorbeikommen. Wir können auch ganz kurz den hier nehmen. Da muss ich jetzt nicht extra fliegen. Dann können wir dann von dort aus nach dort aus fliegen, zum Bollwerk. Und dann geht es dann endlich in die Pestländer. Eventuell. So, erstmal hier runter. War genau daneben, von da, wo ich eigentlich hinspringen wollte. Kleingehlt. Wo wir wieder bei den Untoten sind und so muss das ja immer mal wieder sein. Dass du einfach mal so fünf Minuten, alle fünf Minuten hier so rausbringst, so. Kleingehlt. Du bist nicht der Typ, den ich suche. Ach, komm, da müssen wir wieder dein Ohr. Kleingehlt. Na gut. Das muss, das muss. Kann man ja. Immer dran denken, es könnte schlimmer sein. Ich weiß nicht, wie viel schlimmer, aber es könnte schlimmer sein. Apropos, da kann ich auch schon mal gucken, Kriegsviertel, ob ich aus irgendeinem Grund Verhütung, Verhütung, Verhütung und Bergbau aus irgendeinem Grund schon mal weiter lernen kann. Ich weiß nicht, ob das schon ab 58 ging oder ob man da Level 60 dafür braucht. Hier muss ich nicht lang, ich muss nämlich eine Etage tiefer ins Apothekarium. Wieder zu den Deppen, wo wir schon 50 Mal waren. Beim Kriegerlehrer kann ich auch noch mal ganz kurz vorbeigucken. Ich meine, ich muss ja sowieso noch mal vorbeikommen, wenn ich dann Level 60 erreicht habe, aber trotzdem. Und das, 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 das bringt am meisten Gold. Gold. Hast du mal ein bisschen Kleingeld. Kleingeld. Sorry, es ist gerade wieder Kleingeldinflation hier, deswegen, ne? Muss ja auch mal wieder sein. Wir haben ja manchmal Folgen, da erwähne ich nicht einmal Kleingeld. Das geht nicht. Es ist fast so, als würde ich einmal nicht sterben. Moment, ich bin in der letzten Folge nicht gestorben. Ah, 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 Pane, ah. So, ähm, du da. Verhütung? Keine Verhütung? Nichts Verhütung? Warum nicht? Äh, sag mal, ey, krass an, ey, warum nicht? Äh, hab ich krass gelernt, ne? Ey, bin ich jetzt vor 58, ne? Kann ich immer noch nichts lernen hier, aber wahr? Ey, alter, ich höre. Ich will lernen. Walla, süß, ey. Ich will lernen. Ey, Donnerknall, ey, ich will lernen, ich will lernen. Oh, und das war's auch schon. Äh. Echt wahr? Nichts weiter? Nein. Ey, du bist so ein Assi. Oder Kriegerlehrer, aber nun gut. Wir haben jetzt immer noch kein Level Up. Natürlich nicht. Warum sollten wir auch ein Level Up haben? Und, äh, deswegen würde ich mal sagen, bevor es dann hier weitergeht und wir dann jetzt tatsächlich mal in die österlichen Pestländer ziehen, äh, ne, in die westlichen, machen wir gleich auf der Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von World of Wurkwacht. Bis dahin viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne. Tschüss. Tschüss.